Musik 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 Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute das Adventskalender-Set angehen. Ich habe euch das ja schon mal in meiner Vororder gezeigt und ich habe dazu auch noch eine zweite Idee bekommen. Und zwar bekommen wir Demonstratoren ja immer einmal im Quartal so eine Zeitschrift, die nennt sich Stampin' Success. Und in der letzten Ausgabe war zu dem Adventskalender noch eine Idee dabei, dass man den natürlich auch so gestalten kann, dass man unterm Jahr noch anders nutzen kann. Also an Weihnachten als Adventskalender, beziehungsweise eigentlich ist jetzt hier dargestellt, dass man den noch anders nutzen kann und hier seine ganzen Utensilien im Bastelzimmer gut unterbringen kann. Ich hoffe, ihr kennt das einigermaßen. Also da ist zum Beispiel die kleinen Wackelaugen oder die Kork-Accessoires oder die Embellishments von Ahoy oder diese Blüten, also diese Blättermotive, Washi-Tape oder sowas. Da könnte man quasi alles unterbringen, was man so einem kleinen Schnickel, die so hat. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja diese Boxen vorne als Adventskalender dekorieren und hinten quasi als Box für Kleinteile. Das muss jetzt nicht unbedingt für das Bastelzimmer sein, das kann ja auch für andere Sachen sein. Keine Ahnung, ob man in der Küche genügend Kleinteile zusammenkriegt, um den zu füllen. Ob man den überhaupt in der Küche stehen haben will, ist was anderes. Das ist aber vielleicht auch im Büro oder so, dass man Büroklammern unterbringt oder was auch immer. Also da könnt ihr euch dann quasi, wenn ihr so kleine Fächer braucht, könntet ihr euch das auf der einen Seite adventlich dekorieren oder also für den Adventskalender und auf der anderen Seite quasi dann mit dem, was ihr da reinfüllen möchtet. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt erstmal, was eigentlich alles in diesem Set dabei ist. Und dann nehme ich euch mal ein bisschen mit, was ich da so draus mache. Ich werde euch nicht jedes Teilchen einzeln zeigen, sondern wahrscheinlich nur ein paar und euch dann halt immer mal wieder reinfilmen oder Zeit davor laufen lassen oder so, je nachdem. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Video bearbeite, aber ja, ich nehme euch da einfach mal mit und gucke, dass es dann für euch trotzdem nicht zu lange dauert. Vorneweg zeige ich euch jetzt erstmal, was da alles drinnen ist in diesem Set. Also den Adventskalender, den findet ihr auf Seite 38 im Herbst-Winterkatalog. Und da ist oben noch eine Empfehlung für ein Stempelset dabei, das sieht so aus. Christmas Countdown heißt das Ganze und das ist eigentlich eher so ein Hintergrundstempelset und hier oben ist noch das Vögelchen mit dem Zweig. Das kann man sich da dazu bestellen, aber das braucht man nicht unbedingt. Ich habe es nicht bestellt, weil ich so viele Stempelsets habe, die ich dafür verwenden kann. Im Hintergrund noch was zum Stempeln, zum Beispiel auch das Sternenglanz oder den Weihnachtshirsch oder sowas. Also ich finde, da hat mein Stempelregal jetzt genügend zur Auswahl, was ich da noch verwenden kann. Aber wenn ihr sagt, ihr habt jetzt noch nicht viele Weihnachtssachen, dann könnte sich das natürlich anbieten, dass man hier in den Hintergrund noch was reinstempelt oder auch im Borst und das dann hier so gestaltet. Also als erstes habt ihr dabei eine Anleitung zu eurem Projektkit. Da ist jetzt beschrieben, auf der Rückseite, wie man die einzelnen Boxen basteln kann. Wenn ihr das genauso machen möchtet, wie jetzt eben diese Empfehlung ist, dann habt ihr hier auch mit Nummern beschrieben. Also zuerst das Papier bestempeln, dann dekorieren, aufkleben mit Dimensionals und so. Also das ist hier genau abgebildet und da könnt ihr das genauso machen, wie das da drauf steht. Ah ja, wichtig ist auch zu sagen, dass der Adventskalender 25 Türchen hat. Aber das macht mir jetzt persönlich nichts aus, aber ihr solltet es natürlich auf jeden Fall wissen. Ich habe jetzt beschlossen, das letzte Türchen, also das 25, der ist dann quasi als guten Zweck zur Spende an jemand, der keinen Adventskalender hat oder so kann man das ja nutzen. Genau. Dann habt ihr in eurem Adventskalender natürlich die Aufkleber. Da sind jetzt alle Zahlen drauf und noch ein paar Sternchen. Und die Farbkombination, schaue ich mal, ob die da irgendwo steht. Also die Farben sind Chili, Espresso und Waldmoos, die da vertreten sind. Und hier ist auch nochmal die Anleitung in Deutsch genau drin, wie ihr das macht. Also am besten erstmal stempeln mit Espresso, dann mit Chili, dann mit Waldmoos, dann die Sticker aufkleben und dann mit Stampin' Dimensionals befestigen und so weiter und so fort. Also da ist nochmal eine ganz genaue Anleitung. Aber ich glaube, das erklärt sich eigentlich von selbst. Genau. Und dann habt ihr drinnen hier diese Karten. Das sind diese Aufkleber für eure Boxen. Das sind jetzt verschiedene Designs, also einmal Holzdesign, dann einmal dieses rote Design, dann hier mit Bäumen und Grün, also Waldmoos. Da unten habe ich eben den schon rausgedrückt. Die sind schon so vorgeschnitten. Die kann man sich da ganz, ganz leicht einfach nur so rausdrücken und schon könnt ihr das aufkleben. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich wollte eigentlich diese Rotkombination da nicht so drin haben. Irgendwie hat mich das, weiß ich nicht, wollte ich keinen roten und habe gedacht, ich mache das vielleicht in blau mit dem neuen Designerpapier. Aber das Problem an der Sache ist, dass es ja trotzdem rote Embellishments gibt. Also es gibt hier diese Schleifchen in rot, diese Streifen in rot. Also die Farbkombination ist eigentlich schon relativ festgelegt. Auch die Blüten in rot. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich das nutze in rot, aber die Zahlen sind vor allem auch in rot. Also es würde sich eigentlich anbieten. Und ich finde es jetzt inzwischen auch ganz schön, muss ich sagen. Ich wollte es nur am Anfang anders machen, aber es sind ja nur vier rote. Ich glaube, die Farbkombination ist insgesamt schon schön. Mir gefällt es ja insgesamt schon gut, aber ich habe halt gedacht, ich bringe da ein bisschen so Pfauengrün rein, weil das so meine Farbe wäre. Aber wahrscheinlich bleibe ich hier bei dem Farbkonzept. Ich kann es auf der Rückseite dann mit Pfauengrün machen. Genau. Das ist so in diesem Kit dabei. Und dann habt ihr natürlich noch den Adventskalender, der mit 25 Fächern ist. Und das sind so kleine Boxen, die komplett fertig sind. Also ihr müsst da nichts mehr machen. Und das wird wirklich so im Paket geliefert. Und steht von alleine. Ist wirklich stabil auch. Also ihr könnt da schon was reinmachen, glaube ich. Also die sind schon, die liegen gut in der Hand, finde ich. Und die sind schon stabil. Also ich finde die richtig cool. Habe mich da total gefreut, dass Stampin' Up dieses Jahr sowas im Programm hat. Weil ich eigentlich sowieso mit euch eine Adventskalender basteln wollte. Aber die Zeit und die Idee und so. Und da finde ich das jetzt eigentlich perfekt. Genau. Und jetzt machen wir es so. Ich starte jetzt einfach mal. Lasse euch vielleicht ein bisschen Musik laufen. Oder schneide auch ein Teil raus. Und nehme euch dann zwischendrin immer mal wieder ein bisschen mit. Ich probiere jetzt erstmal selber ein bisschen. Und dann zeige ich euch die einzelnen Boxen. Genau. Also bleibt einfach dran. Ich freue mich. Tschüss. 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 So ihr Lieben. Also ich mache mal einen kleinen Zwischenbericht. Ich habe mir jetzt einfach mal alle Karten. Also ihr habt ja insgesamt vier Karten mehr drinnen. Als ihr braucht. Und ich habe ja gesagt, das mit dem Rot und so. Deswegen habe ich jetzt mal alle Roten draußen gelassen. Und ich habe mir jetzt einfach aus einem Reststück, das ich, oder aus einem früheren Designerpapier, das ist das Holzdekor, habe ich mir jetzt noch eine Form ausgeschnitten. Damit ich jetzt das Rote mal draußen lassen kann. Und ich glaube, es fällt jetzt wirklich nicht so auf. Es ist natürlich vom Farbton nicht ganz genau dasselbe wie hier. Also wenn ich es daneben halte, sieht man es schon. Aber das macht jetzt nichts. Ich habe jetzt erst überlegt, ob ich da noch zwei oder drei vielleicht in den Farbton mit reinbringen soll. Das könnte ich nur machen. Dann wäre es wirklich sehr perfekt. Also dann machen wir das jetzt einfach noch. Also ich lege mir jetzt nochmal eine Schablone hin. Ich mache mir einfach nochmal ein zweites in diesem Farbton. Dann habe ich zwei, die da genau gleich sind. Und dann, ja, passt das glaube ich ganz gut. Ich habe mir jetzt dafür einfach die 1-Inch-Kreisstanze genommen. Da kann man genau hier oben diesen Halbkreis ausstanzen. Und jetzt habe ich mal zwei von dieser Sorte Papier. Entweder mache ich es hier hin oder hier unten. Genau, ich denke, ich mache es jetzt mal noch hier hin. Und dann passt es so wieder ins Bild. Klar, man könnte jetzt noch eine dritte machen, aber ich glaube, so lasse ich es jetzt mal. Mir gefällt es jetzt so eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt als erstes mal meine zwei selber gemachten noch mit einem Goldstempel ein bisschen beglitzern, also bestempeln. Weil hier seht ihr, auf jeder Karte ist eigentlich was Goldenes bestempeln. Und ich habe jetzt versucht, darauf zu stempeln. Und zwar habe ich einmal mit dem Stempelset Weihnachtself. Da sind nämlich genau die gleichen Sterne drin, wie hier überall auf diesen vorgestanzten Elementen drauf sind. Sind hier nämlich in dem Stempelset drin. Das passt da perfekt. Wenn ihr das nicht habt, aber vielleicht das Sternstundenstempelset, da sind auch Sterne drin. Die sind so ähnlich, aber nicht gleich. Also die sind, habe ich auf der Rückseite versucht. Das sind so füllige Stempel, so richtige Sterne. Und das hier, das sind so gestrichelte Sterne. Seht ihr den Unterschied? Aber es geht beides. Also es muss ja nicht genauso sein. Das ist ja schon mal klar. Und da ich jetzt hier eben schon mit dem, mit den Stempelfarben drauf gestempelt habe, mit dem Delicata in Gold. Das ist diese Metallic Gold. Habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt aber trotzdem noch aus, wie es wäre, wenn ich es embossen würde. Ob es dann wirklich ganz genauso ausschaut, wie wenn ich die Originalkarten habe. Also theoretisch braucht ihr das ja überhaupt gar nicht. Ich habe ja nur gesagt, ich mache das, weil mir das Rot nicht so ganz, hm, ihr wisst, ich wollte das Rot nicht ganz so drinnen haben. Deswegen mache ich mir da jetzt meine eigenen Vorlagen. Aber das braucht man natürlich nicht, wenn einem das Rot gut gefällt und wenn man das einfach mit dem so nachbastelt, wie es sich gehört. Also dann passt es. Also man braucht das alles gar nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich probiere jetzt ein bisschen rum und tüftel da ein bisschen und embosse das jetzt einfach mal kurz, um euch dann zu zeigen, wie das so durchkommt. Einmal den Embossing-Buddy. Einmal drüber gehen über meine zwei. Okay, und dann brauche ich die Versamark-Tinte. Dann nehme ich meinen Prägepulver in Gold und löffle mir das jetzt mal hier so drüber. Über das, was ich gerade gestempelt habe, dann seht ihr das nämlich auch. Jetzt bin ich gespannt, ob das vom Farbton das gleiche ist. Jetzt habe ich das Ganze erhitzt und geschmolzen mit dem Erhitzungsgerät und jetzt habe ich hier meine Sterne embossed. Und jetzt mal zum Vergleich. Das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Gucken wir mal noch hier. Die Sterne sind ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es mit dem Embossen, ich zeige es euch nochmal im Vergleich zum Stempeln, das macht schon einen Unterschied. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und es genau gleich haben wollt, dann würde ich nicht stempeln, sondern würde ich embossen. Okay. Aber man sieht es trotzdem, weil es ist einfach ein bisschen anders. Aber das sieht ja auch nur jemand, der es weiß. Ich glaube, sonst fällt es überhaupt niemand auf. Also das glänzt jetzt auch so, wenn ich euch das so ein bisschen schwenke. Seht ihr das? Also es ist schon hier und hier. Für mich passt es jetzt so perfekt. Ich finde es jetzt genau schön. Wenn ihr jetzt euch natürlich die roten aufklebt, dann kann ich euch vielleicht noch als Tipp sagen, bevor ihr euch die aufklebt, würde ich es mir immer einmal hinlegen, weil man da einfach schauen kann, dass nicht zwei nebeneinander sind, die gleich sind. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den roten auch arbeitet, könntet ihr auch darauf achten, dass zum Beispiel die Zahlen entweder direkt auf so einem roten Hintergrund sind oder wahrscheinlich, wir haben viel mehr Zahlen in rot als Hintergründe oder vielleicht eben gerade nicht. Also ich würde es jetzt vielleicht so machen, dass diese rote Zahl jetzt nicht unbedingt auf dem roten Hintergrund klebt. Ist eigentlich auch egal, aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo man darauf achten kann. Ich wollte euch einfach nur so meine Gedanken erzählen, was ich jetzt dazu denke. Aber da kann man vielleicht gucken, wenn man das jetzt unterschiedlich haben will, dass vielleicht, also ich finde zum Beispiel das Wildleder und das Rot finde ich sehr schön in Kombination. Darauf könnte man jetzt achten. Alles nur kleine Tipps, ihr macht das so, wie es euch gefällt, ist ja klar. Okay, aber ich habe jetzt meine Verteilung gut gefunden. Ich finde, ich kann es so lassen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mich einfach nochmal ein bisschen mit Stempeln beschäftige. Also ich wäre jetzt noch auf ein paar ein bisschen was draufstempeln, so ein Hintergrund. Das kann man sich sparen, das muss man nicht unbedingt machen, aber man kann es machen. Und ich glaube, ich spüle mich da jetzt einfach noch ein bisschen und melde mich dann nachher gleich nochmal bei euch. An Stempelfarben habe ich mir jetzt mal rausgelegt, einmal Waldmus, einmal Chili, einmal Espresso und einmal Saharasand. Also Waldmus, Chili und Espresso sind ja eh die Grundfarben, die in dem Paket sind. Und Saharasand nehme ich jetzt mal noch mit dazu, weil das einfach eine dezente Farbe ist für leichter Hintergrundstempel. Würde ich jetzt mal ausprobieren. Und ich wäre auch mit Rot, also mit Chili stempeln, weil mir das schon gut gefällt, nur ich wollte diese Hintergrundkarten irgendwie nicht so knallig haben. Genau, und da probiere ich jetzt ein bisschen und dann erzähle ich euch nachher mal kurz was dazu. Ich starte jetzt einfach mal mit Saharasand und habe mir jetzt aus diesen beiden Stempelsets Sternenglanz und Weihnachtshirsch. Der hat die Bestellnummer 148848. Das habe ich jetzt leider nicht groß drauf geschrieben, aber das sage ich euch jetzt hier. Dann habe ich mir einmal die Bordüre rausgenommen und den kleinen Blütenstempel, das finde ich sehr schön. Vielleicht nehme ich auch noch ein Rehlein dafür. Mal gucken. Und aus dem Sternenglanz habe ich mir einmal diesen Stempel hier. Und diesen Sternen, aber da sind noch viele andere Sterne drin und so, da könnte man noch mehr nehmen. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann am Endeffekt ausschauen soll. Also was mir jetzt sehr gut gefällt, ist, wenn ihr das seht, ich habe das jetzt nur ganz dezent in den Hintergrund gestempelt. Diesen Bordürenstempel mit Saharasand auf dieses mit den Punkten unten dran. Ich habe es so gemacht, dass ich mir das Saharasand auf meinen Stempel gemacht habe. Einmal abgestempelt habe und das dann da leicht drüber gemacht habe. Dann ist das so dezent im Hintergrund. Sieht sehr schön aus, finde ich. Und kommt jetzt erstmal auf das mit meinen Punkten. Und den Stern habe ich mir jetzt schon mal in Espresso hier in den Hintergrund von den grünen, braunen gestempelt. Ich glaube, das mache ich auch bei allen. Das finde ich auch sehr schön. Mein Muster habe ich jetzt auf das mit den Punkten an der Seite gemacht. Also ihr müsst ja wissen, dass da nachher noch was drüber kommt. Man zieht ja von dem Muster dann nicht mehr alles. Also die Zahl, die kommt ja noch drüber. Genau. So habe ich das jetzt mal in den Hintergrund gemacht. Ich mache es jetzt so, dass ich mir jetzt die Stempel noch nicht ganz wegräume. Aber ich möchte mir jetzt auch noch nicht alles sofort stempeln, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wie das mit der Dekoration ausschaut. Wenn die Deko dann drüber ist, dann kann ich vielleicht noch hier und da was hinstempeln, wenn mir noch was fehlt. Deswegen lasse ich die Farbe jetzt mal noch da. Und die Stempel auch. Und ihr seht, man braucht eigentlich gar nicht so viele Stempel dafür. Also ich finde, es muss gar nicht so viel noch drauf, weil die sind ja auch ganz schön, die Papiere. Was ich die Zahl schön finde, ist das Papier. Das finde ich so toll. Das schaut richtig schön aus. Okay. So. Also ich mache jetzt mal weiter mit unserer Deko. Was haben wir alles an Deko? Gucken wir mal an, wie man das so drauf machen kann. Was ich total cool finde schon mal, sind die Schneeflocken. Und die kleben hinten auch schon. Also die kann man sich in den Hintergrund kleben. Seht ihr das? Die müssen auf jeden Fall drauf. Die finde ich schon mal ganz cool. Und die müssen irgendwo hin, wo sie ein bisschen rausstechen. Also einen dunklen Hintergrund haben. Vielleicht auf das Grüne. Mhm. Das wäre doch schon mal ganz cool. Genau. Ich fange jetzt mal von hinten an mit der 25. Weil ich finde, da passt es jetzt eigentlich ganz gut mit dem Sternchen auf das Grüne. Die Zahl kommt in die Mitte oder kommt hier unten irgendwo hin. Man muss die Zahl ja auch nicht immer genau in die Mitte machen, sondern man kann es ja auch so ein bisschen außenrum arrangieren. Ich klebe jetzt die Flocki einfach mal ganz mutig auf. Guck, was wir da noch so alles haben. Dann haben wir noch diese Bänderchen hier. Also diese Embleme oder wie sagt man da? Die kleben auch schon selber. Die Zahlen an sich mache ich alle auf der Menschennest, damit die ein bisschen erhaben sind. Ich finde es so schön. Ich finde es schön schlecht eigentlich. Ich muss gar nicht so klappen. Gucken wir mal, ob man noch eine Blüte hin kann. Ja, so gefällt es mir. Da kommt dann nachher noch ein Bling drauf. Also so ist jetzt mein erstes Teilchen hier fertig. Ich habe jetzt ja gesagt, ich überlege mir, ob ich da im Hintergrund noch was stempele. Aber ich glaube jetzt bei der 25 lasse ich es jetzt mal so. Und das Ganze klebe ich mir jetzt mit einem Flüssigkleber einfach an. Also jetzt klebt euch natürlich die Blüte auf dem Hintergrund auch noch. Und wenn ihr gerade einen embossing-Buddy irgendwo in der Nähe habt, könnt ihr einfach an der Stelle, wo es nicht mehr kleben soll, ein bisschen mit dem Buddy drüber gehen. Dann habt ihr da nicht mehr so einen Kleber dran. Dann klebt es wirklich nur noch da, wo es kleben soll. Genau. Kann ich jetzt hindrücken, das klebt jetzt nicht mehr fest. So. Also die 25 schon mal fertig. Da kommt noch ein Bling-Bling drauf. Und ich werde die Perlen nehmen. Sorry, mir hängt heute die ganze Zeit die Bluse irgendwie vorne hin. So. Eine Perle drauf. Schön. Passt. Ist, finde ich, jetzt genau richtig. Gefällt mir so ganz gut. Und so arbeite ich mich jetzt einmal komplett durchs Projekt. Und vielleicht zeige ich euch dann nachher die ein oder andere Stelle. Und dann geht's mir so ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die unterste Reihe ist jetzt mal fertig. Die erkläre ich euch jetzt mal kurz, bevor ich die Sachen anklebe. Ich habe jetzt die 25 habe ich euch gezeigt. Die habe ich jetzt mit der Schneeflocke und so noch hinter klebt. Dann die 24 hat diesen wunderschönen Kranz bekommen. Unten diese Fähnchen und da habe ich jetzt noch die Blüten drauf gestempelt. Bei der 23 habe ich jetzt unten diesen Ast, diese Zweige hingemacht und das Fähnchen nur halbiert aufgeklebt, also nicht das komplette Fähnchen. Das habe ich ein bisschen gekürzt. Bei der 22 habe ich so gemacht, dass ich dieses andere Fähnchen, das ist eigentlich kein Fähnchen, das ist so ein Streifen, der ist ein bisschen breiter, seht ihr, der ist eigentlich so breit. Den habe ich in der Mitte halbiert und habe da auch ein Fähnchen rausgeschnitten und die Schleife hinten mit dem Embossing-Buddy abgetupft, dass es nicht mehr klebt. Und ein Dimension-Rand hinten drauf geklebt, dass es auch erhaben ist und einfach die 22 aufgeklebt. Und bei der 21 habe ich es so gemacht, dass ich mir diesen Streifen, den ich mir eh schon halbiert habe, ich hoffe ihr könnt es gut sehen, im Hintergrund nochmal angeklebt habe. Also von beiden Seiten gekürzt und dann angeklebt. Ich habe jetzt da zwei Restschritte genommen, aber ihr könnt es natürlich auch aus dem Ganzen schneiden. Genau, da ist ja auch noch ein bisschen im Hintergrund gestempelt und das ist jetzt schon mal meine unterste Reihe, die ich jetzt so mache. Ich klebe die jetzt an mit dem Flüssigkleber und mache dann hier noch ein bisschen weiter und zeige euch danach wieder ein bisschen was. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir meine Elemente, die möchte ich ja schon eigentlich ein bisschen unterbringen. Also zum Beispiel den Kranz, den finde ich wunderschön. Und ich mache das jetzt so, dass ich mir das so einigermaßen übers Papier verteile, dass ich die nicht nebeneinander habe dann nachher. Und so habe ich es jetzt mit dem Kranz gemacht, also den habe ich jetzt hier hin gemacht und hier und hier unten ist er ja bei der 24. Und so mache ich jetzt als nächstes mit den Zweigen weiter. Das sind so die Elemente, die ich wunderschön finde und die ich unbedingt drauf haben möchte. Und ich finde, es ist wichtig, dass das insgesamt ein Bild hat, das wo dann passt. Ich kann das nicht so genau erklären, wie ich das mache, aber ich denke, ihr versteht mich da schon. Also ich lege mir das jetzt mal hin und gucke dann, wo passt es am besten hin. Ihr könntet zum Beispiel die Zweige auch auseinanderschneiden und dann auf die andere Seite noch ein Stückchen kleben. Und das werde ich jetzt vielleicht bei dem mal machen, dass ich mir hier einfach eine Ecke abschneide. Dass auf der anderen Seite dann auch noch was rausschaut von dem Zweig. So könnt ihr natürlich auch mit den vorgefertigten Sachen spielen und die sind nicht so fix und fest. Sondern ihr könnt es so hin machen, wie euch das gefällt. Jetzt mache ich das zum Beispiel mal so. Ihr seht, das sieht jetzt ganz anders aus, wie hier unten der gleiche Zweig. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig mit meinem Adventskalender und möchte euch jetzt einfach noch ein paar Tipps geben. Und ich zeige euch natürlich genau, was ich alles gemacht habe. Meine Tipps erstmal, was ich ganz cool fand, ist, ihr habt ja da auch so kleine Etiketten mit so Sternen drauf. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mir die Sterne ausgestanzt habe. Ich habe also einfach, wenn ihr noch die Iti-Piti-Stanzen habt, die Sterne, die passen hier perfekt. Dann habe ich einfach nur mir hier den Stern so ausgestanzt. Und habe den dann hier noch an verschiedene Stellen hingeklebt. So, den habe ich jetzt noch übrig. Einer ist eben noch übrig, den kann ich noch draufkleben. Ansonsten ist nur noch die 24 übrig. Die hat man doppelt im Set. Ich habe jetzt hier unten entweder eben in Espresso oder in Gold könnt ihr das machen. Dann habt ihr aber zwei goldene nebeneinander mit der 25 und der 24. Da schaut ihr einfach, was euch besser gefällt. Mir hat jetzt das mit dem Espresso eigentlich besser gefallen. Das ist noch übrig und dann habe ich von meinen Accessoires alle benutzt. Also alle Kränze, alle Zweige, alle Schneeflocken und alle Blüten. Und von meinen Schleifchen habe ich jetzt noch drei übrig. Von den roten habe ich noch zwei. Die goldenen habe ich komplett verbraucht. Hier ist noch ein goldener schmaler Streifen und ein bisschen was von dem Breiten. Die habe ich mir fast alle auseinander geschnitten und dann verteilt. Das fand ich irgendwie ein bisschen schöner. Das war ein bisschen zarter. Genau. Was ich als Tipp wirklich super finde, ist das mit dem Embossing Body, dass man sich da den Kleber von den Teilen wegnimmt, die jetzt nicht festkleben sollen. Das habe ich sehr oft gemacht. Und ansonsten habe ich mit diesen Stempeln, die ich euch vorher gezeigt habe, wirklich alles gestempelt. Ich habe den großen genommen. Den habe ich in Sahara-Sand einmal direkt drauf gestempelt und einmal vorher abgestempelt und drauf gemacht. Also unterschiedlich. Die Blüte habe ich viel verbraucht. Die finde ich super schön. Immer in Chili. Und vom Sterlingglanz habe ich diesen Stern benutzt in Espresso. Und diesen hier in Sahara-Sand, diesen Schnörkel. Den finde ich auch sehr schön. Und jetzt zeige ich euch mal von nahe alles, was ich so gebastelt habe. Und verrate euch noch vielleicht so hier den ein oder anderen Tipp. Also die Nummer 1 habe ich so gemacht, dass ich den Hintergrund ja gestempelt habe. Und hier noch ein bisschen nachgestempelt habe. Dann genau, einfach nur mit einem Wimpel. Das war jetzt ganz einfach. Bei der Nummer 2 habe ich mir die Zweige auseinandergeschnitten und die anders angeordnet. Und auch hier im Hintergrund einfach noch ein bisschen mit Chili gestempelt. Falls ihr jetzt was hört im Hintergrund, das sind die Fenster oben, die Rollen gehen zu. Es ist nämlich jetzt schon ganz schön spät geworden. Wenn ihr das Ganze macht, das kann ich euch vielleicht auch noch als Tipp sagen. Nehmt euch da wirklich Zeit. Es ist zwar schon so viel vorbereitet und man kann es natürlich auch noch einfacher gestalten, dass man einfach nur die Nummern hin drauf klebt und sonst gar nicht viel macht. Das geht natürlich. Aber eigentlich finde ich es so wirklich schön. Und das ist eine total beruhigende Arbeit, die man da macht. Aber da braucht man schon ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt glaube ich schon, ich weiß gar nicht, 3 Stunden gebraucht oder so. Also es war jetzt schon einiges zu tun irgendwie. Ich finde auch, man muss das so anordnen, wie es einem gefällt und hier und da. Und nehmt euch ein Hörbuch, hört das nebenbei an und das ist einfach nur top. Hier habe ich jetzt mit den weißen Blüten gearbeitet, habe mir die Fähnchen auseinandergeschnitten, oben als zwei Fähnchen aufgebracht. Bei diesem hier habe ich eben hier den Hintergrundstempel, hier oben noch ein Fähnchen, unten die Fähnchen, Blüte drauf. Was ich euch auch als Tipp geben kann, ist, wenn ihr die Zahlen anordnet, dass ihr die nicht alle... Entweder macht ihr wirklich alle genau in die Mitte oder ihr macht es unterschiedlich. Weil wenn man das zweimal gleich nebeneinander hat, dann schaut es irgendwie komisch aus, finde ich. Also hier unten habe ich so, dass es beides in der Mitte ist fast. Es ist leicht rechts, aber da finde ich schöner, wenn es so ein bisschen aufgelockerter ist, wenn es so unterschiedlich ist. Da tut ihr euch vielleicht ein bisschen leichter, wenn ihr euch die Zahlen erst hinlegt und dann alles andere außenrum arrangiert. Hier habe ich es so gemacht, dass ich außen die Schneeflocke, Entschuldigung, dass ich außen die Schneeflocke aufgeklebt habe und innen die weiße Blüte. Hier wieder das Fähnchen halbiert und als Fähnchen geschnitten, Blüte drauf. Dann habe ich hier zwei Fähnchen geschnitten in den Hintergrund und hier eben den Stern aufgebracht, den ich euch gezeigt habe, wie man den ausstammt. Hier habe ich das Schleifchen aufgeklebt, wieder der Hintergrund ist gestempelt, da habe ich auch, ich weiß nicht, ob ihr das alles seht, also da ist im Hintergrund in zwei Farben gestempelt, wieder ein Fähnchen drauf gemacht. Die Nummer 8 habe ich wieder die Zweige im Hintergrund gemacht, wieder eine Blüte drauf gestempelt und sonst ist hier gar nichts anderes. Da könnte man vielleicht noch den letzten Stern aufbringen, mal gucken. Bei der Nummer 9 habe ich wieder im Hintergrund auch gestempelt, ich glaube, das habe ich überall gemacht, dass ich im Hintergrund gestempelt habe, außer bei den großen, braunen, wobei, da habe ich auch bei einem gestempelt. Mit zwei Blüten gearbeitet, wieder mit einem schmalen Fähnchen unter der 9. Und bei der 10 ist jetzt dieser wunderschöne Kranz verarbeitet, auch wieder ein Stern, ein bisschen gestempelt, hier unten und auch die Blüten noch drauf gestempelt. Die Nummer 11 hat dann auch noch einen Kranz, da habe ich ja die Kränze habe ich ziemlich am Anfang aufgelegt, wo ich die hinhaben will und jetzt sind die nebeneinander, aber ich finde, das fällt gar nicht auf, weil die so weit versetzt sind. Hier und hier und hier ist der Kranz. Und da ist im Hintergrund auch noch der Schnörkel, den sieht man jetzt gar nicht mehr. Dann habe ich hier noch eine Perle aufgebracht, auf die Blüten und auch manchmal auf die Fähnchen hier unten. Ja, ich finde, es ist einfach ein total schönes Projekt, also das, finde ich, macht richtig Spaß, aber man braucht wirklich ein bisschen Zeit. Hier habe ich noch ein bisschen mehr gestempelt, auch hier noch so Blüten, das sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera. Ah ja, man sieht es, auch hier noch im Hintergrund gestempelt und die Sterne gestempelt. Hier habe ich wieder ein Schleifchen, das habe ich diesmal auch auf die Zahl direkt aufgebracht. Auch wieder gestempelt und die Fähnchen als, also die goldenen und die bunt gestreiften Papiere als Abschrägung, nicht als Fähnchen. Hier wieder mit Wimpel im Hintergrund, da könnte man jetzt vielleicht noch eine Perle draufsetzen, wenn man möchte, da ist jetzt relativ wenig drauf. Aber es muss ja auch nicht überall so viel drauf sein, hier ist jetzt wieder ein bisschen mehr mit Zweig und Schneeflocke und gestempelt im Hintergrund. Genau, die Nummer 16 ist auch im Hintergrund nochmal gestempelt und mit der Wimpelkette und dem Fähnchen, sowie mit Schneeflocke und Blüte, da ist jetzt wieder mehr los. Und bei der 17 habe ich auch noch im Hintergrund diese Schnörkel gemacht. Ich weiß nicht, ob die, die seht ihr hier und hier. Die habe ich da relativ großzügig verteilt, wieder das mit dem Stern, oben zwei Wimpel und die 17 drauf. Hier sieht man nochmal das gleiche aufgestempelte, da ist ein Fussel, Element im Hintergrund. Ich hoffe, es kommt in der Kamera gut raus, weil es sind ja eigentlich fast überall auch diese im Boston Sachen drauf. Also hier wieder mit Wimpel und Blüte. Hier habe ich auch noch ein bisschen mehr gestempelt, das sieht man jetzt hier im Hintergrund die Blüten ganz gut. Kleine Blüte, Schneeflocke, Wimpel fertig. Hier wieder mit Schleifchen, Blüte. Und Hintergrund Stempel. Ja und die letzte Zeile, die habe ich euch komplett gezeigt, wie ich die gemacht habe. Ja, vielleicht ist das jetzt als Vorlage für euch ganz gut, wenn ihr das genauso machen wollt, dann braucht ihr nicht so viel überlegen. Und ansonsten macht es einfach, wie euch das gefällt und wie es einfach so läuft. Manchmal muss man das einfach nur hinlegen und schon fügt sich das in ein Bild und man hat auf jeden Fall total viel Spaß damit. Hallo Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 von meinem Adventskalender. Ich mache jetzt noch die Rückseite und da lasse ich euch auch nochmal ein bisschen über die Schulter schauen. Und habe mir jetzt einfach mal ein altes Designerpapier rausgesucht, das ich total schön finde. Das ist in Vanille Pur mit wie so Bleistift malen gemalten Rosen. Die finde ich einfach total schön und hinten ist noch ein Spitzenmotiv drauf. Also das ist ein relativ neutrales Designerpapier und ich will das immer nicht verbasteln, weil ich das so schön finde. Und ich hoffe es geht nicht nur mir das so, sondern ihr habt auch solche Papiere, die ihr einfach wunderschön findet und eigentlich nicht zerschneiden könnt. Also man kann sagen, finde ich hinten oder irgendwie so. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil das gibt vielleicht danach ein schönes Gesamtbild und schneide mir das jetzt mal so zu. Und auf jeden Fall reicht ein Designerpapier für alle Türchen, die wir hier haben, in unserem Adventskalender. Und meine Idee zu dem Ganzen ist, dass ich auf der Rückseite, wenn ich jetzt nicht für Weihnachten den Kalender nutze, eine andere Dekoration mache. Und zwar eben die mit diesem Designerpapier, dass man den Adventskalender auch unter mir für andere Dinge nutzen kann. So, der kommt jetzt mal auf die Seite. Und dann schneide ich mir das jetzt erstmal zu und schneide mir jetzt immer 5x5 cm große Stücke aus. Und wenn ihr das seht, das passt jetzt genau. Also es sind 5 Streifen und es sind 5 Fächer jeweils. Und ich möchte das eigentlich auch so aufkleben, dass es dann im Verlauf so bleibt. Das heißt, ich schneide mir die jetzt dann alles so auch zu, dass ich dann wirklich wie so ein kleines Puzzleteilchen habe, also dass das dann nachher zusammenpasst. Gucken wir mal, ob das so klappt und nicht, dass alles hier schön anlegen kann und dann schön zuschneiden kann. Ich darf dann nachher auf jeden Fall nicht durcheinander kommen mit den Teilen. Ah, es sind sogar 6 Stück. Halt, da ist schon jetzt was durcheinander gekommen. Habe es mir doch gedacht. Also ich suche mir jetzt da quasi ein Motiv aus. Eine Seite kann ich weglassen, die ist quasi zu viel. Und den Rest versuche ich dann so zuzuschneiden, dass das Muster bleibt. Dass es hier auch zusammenpasst dann alles. Also ihr seht es, man kann trotzdem, dass die Elemente ja teilweise auch relativ hoch aufgeklebt sind, die Boxen wunderbar wieder andersrum reinsetzen. Das Einzige, wo man ein bisschen drauf achten muss, ist, wenn man jetzt so wie hier, habe ich ein bisschen in Überstand. Seht ihr das? Hier geht das Blatt oben drüber. Das muss ich mir ein bisschen einkürzen. Also das sollte nicht ganz so stark überstehen. Ein bisschen geht schon, aber zu stark ist nichts. Da verbiegt sich das dann sonst zu. Und dann drehe ich die alle einfach mal um und lege mir das Ganze jetzt hier schon mal so drauf, dass ich das nachher nicht verwechsel. So, und das Ganze sieht jetzt so aus. Also wir haben hier unser komplettes Bild im Prinzip drauf. Euch bleiben zwei Streifen übrig. Als kleinen Tipp, ihr könnt euch natürlich das vorher auch zuschneiden, dass dann hier nicht die einzelnen Stücke übrig bleiben. Dann hättet ihr nochmal zwei solche ganzen Streifen, aber das macht jetzt nichts. Und was ich jetzt mache, ich benutze jetzt die 1-Inch-Kreis-Stanze und mit der stanze ich mir jetzt immer oben so eine Öffnung aus. Und damit es auch passt, nehme ich noch eins von meinen übrigen und lege mir das einfach als kleines Muster immer so drauf und kann es dann schön am Rand so ausstanzen, dass es die gleiche Größe hat. Und das mache ich jetzt wieder bei Hiesen. So, mit der 1-Inch-Kreis-Stanze, da funktioniert das wirklich total super. Das geht wirklich schnell. Wenn ihr natürlich keine Stanze habt mit 1-Inch, dann könnt ihr euch natürlich auch eins von den vorgefertigten Teilen als Vorlage nehmen und euch das aufmalen mit dem Halbkreis. Oder ihr macht das einfach Pi mal Daumen, dass ihr das euch mit der Hand ausschneidet. Aber das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Also da bietet sich die 1-Inch-Kreis-Stanze wirklich sehr an. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir das Ganze einfach mit dem Flüssigkleber einmal aufklebe. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall noch einen coolen Tipp, was ich noch als Idee hätte. Und beim Flüssigkleber ist es ja so, da braucht ihr wirklich nicht viel. Da macht ihr euch einfach ein bisschen hinten drauf. Könnt ihr euch das dann direkt auf eure kleinen süßen Kisten kleben. Und habt noch die Möglichkeit, das ein bisschen hin und her zu schieben, denn der Rahmen nicht sofort perfekt gelingt. Deswegen ist Flüssigkleber hier wirklich sehr empfehlenswert, finde ich. So, ich habe jetzt alle beklebt. Und was ich mir auch total gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, wenn man sich aus einem dünnen Magnetstreifen oder Magnetpapier auch einmal so eine Vorlage bastelt. Ich schneide das mal mit der Hand aus. Ich glaube, das kann man auch stanzen, aber das probiere ich jetzt mal nicht. Dass man sich hier so mit Magnet, so kleine Magnetplättchen hinklebt. Und dass man die dann zum Beispiel ganz witzig mit so einem Kreidemarker beschriften kann oder so. Und da dann noch lustige Sachen einfüllt. Also ich könnte mir das auch vorstellen, dass man das komplett schwarz mit so Magnetstreifen macht. Dann kann man außen zum Beispiel was hinmachen, was innen drin ist. Zum Beispiel Büroklammern oder so. Das fände ich jetzt auch eine witzige Idee. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch. Ich dachte, das muss ich auf jeden Fall noch sagen. Genau. Also das könntet ihr machen. Diese dünnen Magnetplatten, die kann man super schneiden. Die kann ich euch in der Infobox verlinken, dass ihr die auch kaufen könnt. Die benutze ich, wenn ich meine... Dass ich meine Stanzformen aufführe war. Die mache ich mir immer im Hintergrund. Dazu habe ich euch auch mal ein Video aufgenommen. Das kann ich euch jetzt auch unter dem weißen I verlinken. Dass die einfach ordentlich sind und dass die schön halten. Aber trotzdem nicht so stark, dass man sie nicht mehr wegmachen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, könnte man einfach so Anhängerchen machen. Zum Beispiel mit der Mini-Zierschachtel. Da sind ja schon einige Anhängerchen drinnen. Die man hier einfach so ein bisschen drüber verteilt. Die bietet sich jetzt auf jeden Fall total gut an. Dass man einfach noch weiß, was da reinkommt. Oder man macht sich einfach ein paar Schilder. Ihr könnt das Ganze natürlich auch total bunt gestalten. Mit Farbkarton oder mit ganz bunten Designerpapier. Und was ihr natürlich auch super verwenden könnt, wäre zum Beispiel Washi-Tape. Dass ihr euch einfach jetzt ein Washi-Tape drüber klebt. So als Hintergrundziere. Und dann so ein kleines Etikett noch oben drauf. Das wäre total super, glaube ich. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte. Man könnte es zum Beispiel auch für Kinder als Spielzeugaufbewahrung für Kleinteile nutzen. Und dann einfach vorne das draufkleben, was innen drinnen ist. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich daraus mache. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Anhängerchen. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Pfauengrün irgendwie. Schwebt mir das so vor. Mal gucken, welche Farbe ich so verwende. Und wo ich es auch sehr gut verwenden könnte. Oder wo ich es mir gut vorstellen könnte. Wäre zum Beispiel bei Nähutensilien. Für Knöpfe. Oder für diese ganzen kleinen Sachen, wo man dafür braucht. Oder wenn man einfach die Garne zum Beispiel da rein tut. Diese kleinen Nähgarne. Wo in die Nähmaschinen reinkommen oder so. Sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ihr seht, das ist wirklich total cool. Universell einsetzbar. Und man braucht es gar nicht unbedingt nur für Weihnachten nutzen. Sondern man kann es das ganze Jahr nutzen. Ich hoffe, es kommt jetzt im Video auch so raus. Ich finde es total schön, dass man hier diese Blütenornamente so sieht. Und dass es zusammenpasst. Aber das muss man natürlich nicht so machen. Wie gesagt, da könnt ihr auch einfach eure ganzen Papierreste gut verwerten. Und hier in den Hintergrund kleben. Ich mache jetzt mal noch ein paar Etiketten. Und gucke mal, was mir noch so einfällt. Ich habe mir jetzt einfach mal alle Teile in verschiedenen Farben ausgestanzt. Einmal habe ich benutzt. Braunbärmus, Lindgrün, Faungrün, Mango-Gelb und Melo-Rot. Es ist nicht so, wie ich es haben will. Aber das ist jetzt mal so die Grundidee, dass man dann noch ein bisschen Farbe reinbringen kann. Muss man aber natürlich nicht. So ihr Lieben, ich habe jetzt noch ein bisschen rumgespielt. Damit ich euch das nochmal kurz zeige, was ihr alles reinbauen könnt. Und wie ihr das so gestalten könnt. Habe ich mir jetzt gedacht. Man könnte zum Beispiel auch eine Schublade für Stanzteile benutzen. Und dann vorne mal ein Stanzteil draufkleben, das man dann hier so draufklebt. Man könnte zum Beispiel diese tollen Klammern unterbringen und vorne eine draufkleben. Also ich habe jetzt noch nichts festgemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Oder zum Beispiel diese Kork-Elemente schön unterbringen. Natürlich könnt ihr so kleine Etiketten machen. Die habe ich ja als ausgestanzt in verschiedenen Farben. und habe mir jetzt hier einen Leinenfaden hingebunden und würde mir die, wenn ich das da reintun würde, also wenn ich die Etiketten komplett drauf machen würde, auch ein Loch rein stanzen und das dann da hin machen. Zwei verschiedene, jetzt mal hier als Beispiel. Ihr könnt natürlich diese ganzen Embellishments, ich zoome euch jetzt da mal ein bisschen hin, ich hoffe, das geht noch. Ich habe die untere Seite gar nicht dekoriert, nur die obere Seite. Die ganzen Embellishments, die ihr habt, vielleicht noch unterbringen und die vorne natürlich auch drauf machen, so Buchklammern. Wenn ihr kleine Wascherklämmerchen im Bastelzimmer habt, habt ihr ja natürlich, könnt ihr die natürlich auch eine vorne drauf kleben und dann die innen rein tun. Knöpfe, das Garn zum Nähen zum Beispiel wäre auch super, könnte man natürlich auch da unterbringen. Hier habe ich jetzt mal schon drauf geschrieben, mit dem Kreidemarker Garn und habe jetzt aber vorne auch mal ein paar Magnete drauf geklebt, weil das wäre natürlich auch eine lustige Aufbewahrung mit Magneten. Die würde ich natürlich dann hier drauf machen und das Garn dann innen rein. Genau, Knöpfe habe ich euch schon gezeigt. Also ihr findet da bestimmt eine Menge, was ihr da unterbringen könnt und so könnte man das natürlich auch drauf dekorieren. Das schaut bestimmt auch total süß aus, wenn man einfach vorne auch was drauf hat und das dann eben nicht so schlicht ist, weil der Adventskleider ist ja auch sehr intensiv und das ganze leere Bild, auch wenn mir das Designerpapier unheimlich gut gefällt, das war mir jetzt schon ein bisschen leer. Also ich finde das unheimlich schön, wenn da so kleine Asset-Vars noch drauf sind. Und so kann man das einfach gestalten und seine ganzen tollen Schätze unterbringen und das dann irgendwo schön hinstellen und hat das immer im Blick und freut sich da dran. Und ja, so habe ich mir das jetzt gedacht. Das zeige ich euch jetzt mal noch mit ein paar Ideen, was man da so draus machen kann. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020